morgen und herzlich willkommen zum vlog das ist jetzt ein videomodell das ich probiere ich probiere nämlich für zwei wochen ungefähr so zwei bis drei vlogs pro woche rauszubekommen wenn ich das schaffe dann gehe ich auf dem alexanderplatz und schrei ich habe es geschafft ach ja nur so wegen der frisur ich bin gerade aufgewacht also eigentlich nicht so ich gehe jetzt zum gammel look brüttchen holen du ja da bekleidet ihr mich jetzt ne ja 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 um Schokolade Wolltünge Also, wir gehen jetzt zum Kongress in die TU, es regnet, wir sind jetzt am Bonhofen und fahren jetzt zum Ernst. Wir sind jetzt in der TU und ja, gleich geht's los, denke ich morgen. Es ist ein bisschen aufregend, wir werden jetzt gleich diese Interviews aufnehmen und ich werde das probieren, so eine kleine Timelapse Montage zu packen. So, ich werde jetzt hier den ganzen Scheiß aufbauen und ja. So, wir sind jetzt fertig mit dem Kongress und ja, wir gehen dann jetzt wieder und dann treffe ich noch Philipp, ich gehe mit dem Einkauf mit Philipp und meinem Vater, wir holen noch mal ein PC rüber von meiner Mutter und dann werde ich das wahrscheinlich mit dem Morgentag zusammenschneiden.